Das will ich lassen, das lass ich so, das nehm ich wieder weg, das nehm ich weg. Vernichtet einen Diener. Ups, hab ich gar nicht auf der Hand. Schön. Fick dich einfach. Alles klar, er öffnet schon mal ne Hand. Aber dadurch, dass du jetzt den Zauberf braucht hast, weiß ich ja, dass du wahrscheinlich keinen zweiten mehr hast. Tut doch gar nichts zu dir. Das würde ich so, ich guck, ich guck. Einfach von mir hin. Ich will ehrenhaft gewinnen. Nicht so ein Mädchen. Hallo? Guck mal, was ich mache. Ich seh deine Karten hin, ich kann ihn nicht erkennen, das ist viel zu klein. Es sei denn... Ähm... Vernichte einen Diener. Wär ganz schön jetzt. Du musst auf deinen Spot gehen, ne? Scheiß Spotter. Hahaha. Ähm. Ähm... Ich kann dein... sehen, was du sagst. Okay, ist der junge Behinder? Ich weiß. Oh, jetzt hätte ich damit... okay. Ja, siehst du, du tradest doch jetzt richtig gut. Ja, der Trade ist ziemlich gut jetzt gerade. Leute, ich fahr kack eh. Daaa, endlich, es fängt an. Ich fahr kack eh. Was ist das? Die Karte habe ich noch nie gesehen. What the fuck? Alter. Echt, es ist genauso wie in Minecraft. Es werden einfach zu viele Sachen hinzugefügt, die kein Mensch braucht. Stimmt, ne? Diese neuen Menschen und alles dies. Die neuen Dorfbewohner, die Untote wie Beschwerden. Es werden einfach tausend Sachen hinzugefügt, die kein Mensch braucht. Weißt du was? Fick dich. Sorry. Ähm... Was wollte ich sagen? Es gibt tausend Sachen, die hinzugefügt werden, die kein Mensch braucht. Aber... Wieso aber eigentlich? Und... Deswegen wird das Spiel einfach richtig dumm. Vernichte mich doch gleich. Ich arbeite dran. Ich hab was Lustiges. Auf der Hand. Ich weiß noch nicht, ob ich's legen sollte. Du hast nur 14 Leben. Du hast nur die Hälfte. Und du barfst eine Leute die ganze Zeit nach oben. Ist doch gut. Sieh, ich hab nur noch 19 Leben. Du hast eine Chance. Eine Chance? Ich hab mehrere. Weil wir spielen das hoffentlich nicht nur einmal. Ja, Moment. Ich bin die Klinge der Götter. Ja, Moment. Ich bin die Klinge der Götter. Na, das kommt mal weg. Da wird wieder aufgekommen. Ich glaube, es wird Zeit für meine Superkarte. Dann spiel mal deine Superkarte. Ich bin gespannt. Erstmal spiel ich die hier. Okay. Find ich deinen Diener. Mindestens 1,5. Okay. Dann spiel ich die hier. Ja. Ja, Aura. Und dann heil ich mich selbst. Ja, das ist doch gut. Und dann spiel ich die lustige Karte. Okay. Ich hab grad fast aus Versehen in deine Karten. Ach nö. Wer will denn schon Apotheker haben? Ja, ich hätte gerne Apotheker. Du hättest gerne Apotheker. Ja, ich mag Apotheker. Die geben mir mal nette kleine Pillen. Die geben mir kleine Nette Pillen. Okay, also. Erstmal mach ich was für meine Verteidigung. Oder? So. Not bad. Dann würd ich sagen, ich heil mich selbst und greif dich an. Ich glaub das ist ganz legit, oder? Mhm. Not bad, not bad. Aber ich brauch mal ein bisschen Gleichstand. Ja. Ich brauch ein paar Karten. Sieht man eigentlich in der Kamera, dass ich hier so einen Ring habe? Ich hab keine Ahnung. Ja, okay. Ja, okay. Was war das zerstört? Alles klar. Alles klar. Das ist auch klar. Okay. Okay. Ja, das... Ja, das... Ja. Nein, töte mal den anderen. Ja, oder geh mir einfach auf die Gesichter, das ist auch gut. Ja. Ja. Okay. Blitzstream viel zu klein sind. Das nicht. Ja, man kann nicht erkennen, dass ich Twitch geschrieben habe. Achso. Okay, gut. Das nütze ich dir was anderes. Ähm. Dim, 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 dim. Ich überlege gerade. Dann würd ich nur noch einen Schlag aushalten. Den spiel ich dann einfach nächste Runde. Dann ist eigentlich völlig egal, auf wen ich gehe. Warum brauchst du noch nicht so lange? Weil ich überlegt habe. Was sollen eigentlich diese Teile hier? Wolltest du die essen? Ja, guck mal her. Ne, na, ich hab Hunger. Okay. Ähm. Dann mach ich das hier. Okay. Ähm. Warte, du bist tot, Mann. Ach ja, scheiße, du hast Sport. Ähm. Okay, daran hätte ich jetzt nicht gedacht. Dieses Deck ist Bullshit. Muss man echt mal sagen. Ich hab nur noch Karten, die keinen Sinn ergeben. Was soll das denn tun? So. Jetzt musst du den einfach... Ja, komm, hau mir auf die Fresse. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. einen weg. Hau mir auf die Fresse. Los. Okay, gut. Umgekehrte Psychologie funktioniert. Das hätte mir nichts gebracht, wenn ich die auf die Fresse hätte. Also meiner Meinung nach. Ich weiß ja deine Karten nicht. Ich kann ja nichts sagen. Ja. So, mal ganz kurz. Was sie tun? Sportverleihen. Einen Sport legen, weil Sport ist immer geil. Und dazu noch einen Ansturm legen, weil wir wollen ja Damage. Alter, wie viel... Wo hast du die Spots auf einmal alle her? Den Spot kriege ich da und den nicht. Ach, ist ja voll die Verschwendung jetzt. Jedes Mal, wenn ein Diener geheilt wird, ziehe eine Karte. Eiswind Jedi. Ich weiß, dass ich noch einige Karten im Deck habe, die vermutlich mir den Arsch retten können. Sie müssen nur noch kommen. Also, das ist so alles. Ah, sowas wollte ich gerne sehen. Ach, was für ein Scheiß. Oh, ii. So. Du darfst einmal kurz in den Stream gucken. Warum? Einfach nur so. Mal gucken, wie viele Leute da sind. Was? Ach so, ich sollte da in den Stream gucken. Ja. Das ist aber so verzöbeld. Mal gucken, was mir fernste angeht. Hm. Hm. Zwölf Zuschauer, alles klar. Ich hab keine Ahnung, was sie machen soll. Ich hab keine Karten auf der Hand. Das war wahrscheinlich das... Das kann ich akzeptieren, wenn man keine Karten auf der Hand hat. Nein. Ich kann die Karte nicht setzen. Fuck it. Okay, ich kann nicht. Das war so richtig dumm jetzt an sich. Das tut mir natürlich weiter in Auszug. Mal so. Mal so. Mal so. Ach Gott. Das ist eine schöne Karte, aber die kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen. Kann ich die übernehmen? Wow. Ich kann die übernehmen. Okay, gut. Äh. Aber ich kann mich... ные Kinder machen hier... Da… da-da-da. Damit kamen wir da... um. Damit kamen wir da drauf. Bitte wollen das, hey, mich da. Und einfach, weil ich das mindestens spielen wollte, ehe ich drauf gehe. F*** Dich! Was zum Teufel? Alles klar. Alter, was? Kriegst du mich tot oder kriegst du mich nicht tot? Das ist die Frage. 4 damage. Kommst du meinen Spott vorbei? Nein, natürlich nicht. Hab ich ja gewonnen. Ich dachte schon, so peinlich. Ich hab null Citun Buffs bekommen. 0, 0, nada, niente. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kann ja nichts machen. Ich kann nur dumme Scheiße legen. Ja, das war's. Gott sei Dank. Den hier hätte ich früher gebrochen. Ich hab einen entscheidenden Fehler gemacht. Einen sehr entscheidenden. Ich hab sogar zwei entscheidende Fehler gemacht. Die richtig dumm waren von mir an sich. Wieso machst du den jetzt noch tot? Was bringt dir das? Du kannst doch eh direkt drauf gehen. Er wartet einfach ab. Ja, ich lass meinen Gegner leiden. Ja, toll. Ah, guck mal. Easy. Oh, lol. Das zählt sogar als Quest. Nice. Echt? Halt's auf. Ich dachte, sowas zählt nicht als Quest. Nochmal? Ja. Wart mal. Was hab ich hier noch? Wie immer noch ein schlechter Stack. Das da. Ich hab eigentlich nur zwei Decks zur Zeit. Also mal nachher. Machen wir mal ein Moment. Rasierbar. Alles klar. Medivh. Gegen Anduin. Ich wüsste dir nicht was. Medivh gegen Anduin. Ja. So ist das Leben. Was sag ich mit der Karte am Anfang? Ah, okay. Okay. Gut, okay, scheiße. Scheiße. Die Beschreibung meiner Karten. Gut, scheiße, scheiße, scheiße. Ganz okay. Tschüss. Oh, Kleriker von Nordheim. Wie bitte? Ja, diese hörmte Klerikerin. Ja, die ist doch lustig. Nein. Natürlich. Das ist doch schön. Lächerlich. Ach, und jetzt fähre ich den ja. Ach komm. Ist der nicht Spott? Ja. Ja. Nein. Was soll ich mit der Karte, Leute? Okay.